Hallo und Willkommen zu Warhammer 2, wieder mit dem Skull-Dur. Ja, die können jetzt mal aufstehen. Hey, ich musste da zweimal draufhauen. Okay, hier sieht's geil aus. Das hat was. Oder? Hat was, ja. So, aber was ist das? Aber ich erwarte gleich ein paar... Hinter dir! Oh, Alter. Man kann die kleinen Ratten übrigens auch töten. Vollerrotze. Schade, jetzt will ich gerade bis das gerade machen. Du hast eine ewig lange Reichweite und killst es auf One hinten, ne? Ja. Oh, da ist was zum Trinken. Ach so, das hab ich schon dabei. Shit. Wiii. 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 Ja. Aber die einen Pistolen da sind extrem stark vorne. Sexläger. Ja. Oh, das häng ich mir schon. Ja, das ist voll der Einzelkämpfer, das am, von allen glaub ich am stärksten gegen so die Elite. Ich bin ja. Ich bin ja. Voll weg! Au. Ich stand direkt daneben. Ja, weil das irgendwie direkt explodiert ist. Ja, weil irgendwie hat's schon drauf. Ich hab's noch zünden sehen und dann wollte ich daneben schlagen, aber... Ne, ich glaub, weil ich richtig drauf geschlagen hab. Nein. Der. Dann. Das ist doch ein fucking Gatlin oder so. Ja. Oh, da kommt wieder. Wuuu, da kommt wieder. Wuuu, da kommt wieder. Wuuu, da kommt wieder hin. Naaah. Oh, da kommt wieder hin. Lull, der andere fliegt einfach runter, also. ok da muss man aufhören zu schießen scheiß dein dreck bist du in der nähe oder was um ihm zu helfen was ja was wo ist denn so ist die andere keiten hier untergeflogen ja da oben das war ich zwar nicht da war ich wollte es eigentlich nach vorne die schiffen kann dazu пров 9 ist und da sind wir da herrn sind doch wieder alle oder Oh, da vorne liegt was grünes, das neben mir. Meins, 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 meins. Ich hole so richtig schön aus, um den wegzuholen, sondern von Weitem BAM, Hatcher. Ach Gott. Immer wieder die KI, die ist fortbar. Oh, da liegt jemand. Ah. Extra-Punkte. Geholen. Was ist da los? Hier geht's runter, kann man hier runter gehen? Sollen wir doch mal runter gehen? Ich geh erstmal hier weiter, vielleicht findest man noch irgendwas. Nee, hier ist eben nur... Hier geht's auch wieder runter. Ja, aber hier ist nur Munition gewesen, alles gut. Komm zu dir. Du bist auf dem richtigen Weg. Ich trage mich wieder nicht durch, bin ich wieder zu fett. Oh, stirb, stirb. Oh, hier sind irgendwelche... Ein Riefloid. Ich trage mich. Was passiert? Was sagt du? Nee. Ah doch, das Zeug bewegt. Ah doch. Lol, und der andere fliegt runter. Lol, wie kommen wir zu dem jetzt runter? Kann ich forschen. Ach, da hinten kommt man runter. Alles gut. Alles, alles gut. Oh. Ich hab ihn gefunden. Was, wen? 18 Typen da hinten. Ist er tot? Ja, ist er tot. Ja. Wo kommt die Erdung? Loll. Hork. Ach, wir müssen hier durch. Es ist noch mal ein Halt. Na, ich brauche mich. Ah, da ist voll. Darunter oder? So, aber heilen muss ich doch Leute, ich muss mich schnell heilen. Was ist denn der Kies? Wahrscheinlich wieder heilen. Oh nein! Geil! Hä? Loll. Loll. Uuuuuhh. Uuuhhh. Mh! Oh, der Ball. Oh, der Ball. Loll, Alter. Wie viele das jetzt waren. Holy shit. Ja. Gott sei denn gibt es nicht so hohen Pfeilschaden. Gibt es überhaupt einen? Ja doch, vorhin bin ich mal runter gesprungen und habe Pfeilschaden bekommen. Nein, komm leck mich. Ich wollte gerade die Fernwaffe aufnehmen. Ist das nicht überhaupt richtig? Ich weiß es doch gar nicht. Wenn du den Gegner noch saßen lässt. Das nervt wirklich, wenn die KI dir auf Schritt und Triff folgt. Das nervt heftigst. Ah Gott. Da ist ein kleiner Bandit. Oh, du bist schon wieder davon. Ich weiß nicht, was ihr da hinten noch gemacht habt. Da waren noch ein paar. Das ist die längere Wangeweg. Das ist unfair. Was du wieder alle Küsse ich machen wollte. Aber eigentlich hast du doch einen Lunge. Dann musstest du mindestens die gleiche reichen. Ichssege gerade gar nichts mehr, nur noch Flut. Hier hinten. Oh nein. Achso, da geht's weiter. Wo die da hinten sind. Ja, runter gehen. Meck mich. Einfach bei Laufen einfach, weißt du. Ja, dann wird es doch gescheit. Alter, das sieht heftig aus gerade. Holy shit. Was? Argen. Alter, ich merke gerade. Die Spezialfähigkeit von ihr ist richtig stark gegen diese Liedeinheit. Die Wann schottet die alle. Toll, das merke ich jetzt bei der gefühlten vorletzten Mission. Das ist das nicht die gefühlte, das ist die vorletzte Mission. Scheiße. Depp. Ich schlag echt nur auf Leichen ein, eigentlich. Die sind immer schon kopflos vor mir und auf die hau ich rauf. Ich habe keinen blassen Schwimmer, wo ich gerade langlaufen. Oh, das sind viele schwimmer. Alter, lol, wo hast du die ganzen Elite-Soldaten her? Ja, holy shit. Alter, die sind gerade alle runtergesprungen, oder? Ja, darauf habe ich gewartet, aber es kam keiner. Geht's mir hoch? Oh Gott. Oh fuck. Roll. Ich höre doch hier wieder was angekriegt. Das ist doch bestimmt irgendwie wieder so eine Liedeinheit. Das ist wohl das letzte Rad. Der Reichel, die Spitze der... Wir sind hier schon richtig, glaube ich, oder? Ja, weit hinten geht's ja nicht weiter. Geht's hier runter? Geht's hier wieder hoch? Warte mal, geh mal da lang. Ich fuck die einfach mal. Hattenüberbau ohne Zipperer. Oh, ist so richtig zu. Oh, ist so richtig zu. Was hat der denn gekillt, ey? Ich fress den Besen, ey. Ich habe den nicht mal gesehen, dass er neben mir stand. Ah, hier geht's hoch. Natürlich muss ich voll in die Super reinlaufen. Ja, und jetzt? Habe ich die Spitze erreicht. Und was ist das hier? Komm mir hier. Hier geht's runter. Stell getraut. Hier ist der Kahn. Hier ist der Kahn. Aber da sind viele Sturmraten in dem Level. Holy shit, Alter. Ich sehe gerade gar nichts da gesagt. Ja, auch nicht. Oh, shit. Einfach schlafen. Ah, jetzt hat sich wieder. Aber gleich ein bisschen was geschafft haben. Na, aber irgendwo ist hier noch Schießassassina. Ja, der will gleich mich anspringen. Dann hätte ich wieder meine Fähigkeit verbracht. Dann hätte ich wieder meine Fähigkeit verbracht. Oh. Oh, Bom-Bombe. Sorry. Soll er kommen. Meine Mission. Ey, meine Mission. Meine Fähigkeit. Ich wollte schon. Kein Blasen schon, wo ich hinlaufe. Ich laufe einfach nur straight irgendwo. Hey, du bist hinter mir. Ich hau auf ihn drauf. Und dann kommst du hinter mir her und zack. Kriegst du ihn. Ja, aber ich habe gerade einen schweren Angriff aufgeladen. Und ich glaube, den hat so ein bisschen was gegeben. Aber ich habe den auch mal einen schweren Angriff angegriffen. Aber ich glaube, ich habe den nebenan geschlagen. Und du kommst von hinten. Dann fühle ich mich durch. Nee, nee. Du hast ihn angehittet. Und ich habe dann meinen zweiten Schlag landet. Denke ich selber. Alter, ihr könnt schon verwinkeln und so. Ja, ich kriege da auch die Bremse. Ach, nein. Ach, die KI machte schon dann. Oh, da kommen aber viele. Lol. Ich komme da nicht mehr hoch. Ja. Wie dumm ist das denn? KI hat es geschafft. Kommt. Kommt runter. Kommt runter. Sehr gut. Okay. Okay. Irgendeine scheiß Gaskraft. Der hat hier... Ja, geil. Ich habe nichts mehr gesehen. Das Medic, das kann ich gut gebrauchen. Grünes Licht, Licht. Ich habe, glaube ich, gerade eine irgendeine Herausforderung. Ich habe gerade eine Herausforderung. Ja, nicht krass. Dann bitte. Nein, ich denke, ich glaube, ich habe schon eine Herausforderung. Ja, irgendwie, die Viecher, die kille ich nicht. Also, die... Du kommst immer einmal und schlagst einmal und dann down. Ja, du hast, glaube ich, auch die falsche Waffe-Waffvertutzung. Du bist der für das kleine Viech, ganz gut, glaube ich. Ja, aber die kriege ich ja auch nicht. Also, die macht ja auch ihr. Also, irgendwie bin ich total nutzlos. Töte den Spinnmann. Ja, kommst du runter, oder? Oh, lol, Alter. Alter, nix aus. Okay, ich komme zu. Ich schmeiße eine Bombe. Ich bin erwischt. der hat einen festen schlag drauf aber blocken funktioniert echt ganz gut ich habe einen festschlag getroffen ich habe einen trank das ist ein vergleich zu den anderen posten er wird sie noch 0 0 ist es gewollt ich denke schon sieht zwar nicht so aus das ist die truhe beim endpost nichts drin fehlende spieler 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 tschüss ach so schade aber der arbeit bei mir aber der macht mundbewegungen aber spricht nicht bei mir macht er keine bewegungen immer noch immer noch dauerhaft lol alles klar schnauze ich will da raus auch Hier geht's lang. Oh, okay. Oh, ich hab's geschafft. Yo, 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 yo. Wo sind die anderen? Ruh'n, schau'n, 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 schau'n. Ich komme zurück ins Nest-Akt 2-Sieg. Nice. Noch Holz. Komm ich jetzt ein bisschen mehr oder wie schaut's da jetzt aus? Levelaufstieg. Talentpunkt freigeschaltet. Jawohl. 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 Perfekt. So, haben wir aufgewertet, die Drohne. Hey, schau'n dir das mal an. Du hast... Boah, nur 10 mehr. Was ist mit dir los? Was... Hä? Versteh' ich nicht. Er liebt den Getötet... Hey, du hast auch 14, oder? Ich im Fernkampf... Hey, wie kann ich 51 im Fernkampf getötet haben? Lol. Mit meiner Kanone. Ja, die ist voll stark. Bei meinem Bogen ist das Problem, der vergiftet, und die sterben erst nach Kunden. Scheiße. Oh, das ist gut. Ich bekomm' eigentlich keine guten Sachen mehr, muss ich sagen. Ich auch nicht so richtig. Jetzt hab' ich ne Kette bekommen, die ein bisschen besser ist. Alles schlechte bisher. Auch schon wieder schlechte, das gibt's doch nicht. Auch, alles schlechte, was soll denn das? Ah, das ist auch wieder... Was gescheiß. Ich bitte nur zwei Kisten. Das ist faszinierend. Die macht 103... Aber das ist ne Gatlingarn, ich mach' keine Gatlingarn. Hä? Hab' ich da nicht zwei bekommen, die stärker waren? Okay, da hab' ich mich wohl geirrt. Da hab' ich was bekommen. Das ist besser. Was ist das? Oh! Ich glaub' Ich glaub' da lass' ich aber das, weil, ganz ehrlich, die 5 Kraft, da ist mir das andere viel, viel wichtiger, die 5, äh, 5 Prozent Bewegungsgeschwindigkeit. Ja. Das lass' ich so drin. Dann hab' ich ein Talent. Hä, was hab' ich hier noch? Hä, da steht doch noch ein Sternchen. Egal, burscht. Ähm, was haben wir dann da? Oh, ich hab' nen Kopfschutz bekommen. Und so. Da spielt alles schlechter. Ähm. So. Das heißt, das war die vorletzte Folge. Es ist nur noch eine Folge, und zwar... ...die... ...letzte Mission, das... Skittertor. Skittertor. Das ist... Das war ein Name. Skittertor. Naja, egal. Das wird die letzte Mission, und damit... ...haben wir nur noch eine Folge. Und die sehen wir in der nächsten. Oh, nein. Das war die vorletzte, und dann... Damit danke ich mich. Komm, wir sehen uns im Finale. Und wir sehen uns im Finale wieder. Damit viel Spaß beim weiterzocken, und... Tschau!